Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Gering, Sie haben recht. Es ist nun fast ein Jahr her, dass die SPD-Bundestagsfraktion ein Eckpunktepapier mit Forderungen zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgelegt hat. Aber wie hat die Opposition darauf reagiert, außer heute wieder mit Falten auf der Stirn und mit Nörgeln? Die Antwort der Grünen war ein von der SPD-Fraktion abgeschriebener Gesetzentwurf aus der vergangenen Legislatur. Das war die Antwort der Grünen. Wir haben den vor ein paar Monaten hier debattiert, haben darüber auch gesprochen. Und nun, fast ein Jahr später, liegt ein Antrag der Linken zum Thema guter Arbeit in der Wissenschaft vor. Prima. Sehr schön, dass Sie jetzt auch das Thema und die große Relevanz für sich entdeckt haben. Daher freue ich mich, dass wir heute einen Antrag beraten, bei dem wir in der Sache, denke ich, parteiübergreifend unseren Koalitionspartnern, müssen wir da noch ein bisschen mit unter die Arme greifen, aber nahezu einer Meinung sind. Und ich denke, das Thema ist es wert. Ich denke, wir sind uns... Ich bin am Anfang meiner Rede. Das wird schon alles noch, ne? Ich denke, wir sind uns darin einig, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler planbare und verlässliche Karriereperspektiven sowie attraktive Arbeitsbedingungen benötigen. Das wurde heute schon von mehreren Rednern so betont. Ich denke, auch nur so gelingt es, dass wir die besten Köpfe in unserem Land halten und eben auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben. Wir sind uns auch sicher darin einig, dass es nicht sein kann, dass über 80 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Hochschulen befristete Verträge haben. Ja, Frau Wohlke. Noch dazu mit einer Laufzeit von unter einem Jahr bei über der Hälfte der Verträge. Das ist keine gute Situation. Und wir sind uns, denke ich, auch darin einig, dass es nicht zielführend ist, dass selbst an unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen, das verstehe ich noch weniger als an unseren Hochschulen, schon, also noch 2012, fast 60 Prozent aller Wissenschaftler befristet beschäftigt waren. Und davon viele eben auch noch über Stipendien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, daher ist es gut und wichtig, dass sich diese große Koalition endlich des Problems der prekären Arbeitsbedingungen in unserem Wissenschaftssystem annimmt und das auch in dieser Legislatur noch mit einigen Ergebnissen untermauern wird. Und es freut mich, dass wir, die SPD-Bundestagsfraktion, mit unserem Eckpunktepapier die Debatte über den Umgang mit unserem wissenschaftlichen Nachwuchs maßgeblich mit angestoßen haben. Was steht nun in unserem Eckpunktepapier? Für uns sind insbesondere drei Punkte bei der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes wesentlich. Das ist erstens die Befristungsdauer eines Arbeitsvertrages, die sich am Qualifizierungsziel orientieren muss. Das heißt, wenn für eine Promotion üblicherweise drei Jahre benötigt werden, dann erwarten wir auch, dass die Laufzeit des Vertrages drei Jahre ist. Und das betrifft zweitens die Drittmittelbefristungen, die an die Dauer der Drittmittelförderung oder eben der Projektlaufzeit zu koppeln sind. Und drittens sind wir der Auffassung, und das bitte ich mal, besonders Sie, Frau Gohlke, dass Sie da mal genau hinhören, dass das nicht wissenschaftliche beziehungsweise wissenschaftsunterstützende Personal, welches in der Regel Daueraufgaben übernimmt, im Wissenschaftszeitvertragsgesetz fehl am Platz ist. Hier sollten üblicherweise unbefristete Verträge abgeschlossen werden. Das heißt, so wie Herr Gering es auch gesagt hat, zu Daueraufgaben gehören eben auch Dauerstellen. Ich denke, da sind wir uns einig. Und ich denke, wir können auch als Koalition stolz sein, seit der Veröffentlichung des SPD-Eckpunkte-Papiers ist viel an unseren wissenschaftlichen Einrichtungen in Bewegung geraten. Und ich denke und freue mich, dass es auch den Grünen und den Linken aufgefallen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich hoffe, Sie merken jetzt, dass die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bei der Großen Koalition ganz oben auf der Agenda steht. Und das eben nicht erst seit heute und auch nicht erst seit dem abgeschriebenen Antrag oder seit Ihrem Antrag, den wir gerade debattieren. An den Details wird derzeit gearbeitet. Und ich gehe davon aus, dass das geänderte Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum 01.01.2016 in Kraft tritt. Aber genauso, wie es auch im vorliegenden Antrag formuliert ist, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ich spüre viel Zustimmung auch von meinem Koalitionspartner, das freut mich, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist nicht die alleinige Ursache für die prekären Beschäftigungsverhältnisse in unserem Wissenschaftssystem. Ja, das stimmt. Mit der Novellierung stellen wir ja insbesondere die Befristungspraxis wieder vom Kopf auf die Füße. Das alleine kann es natürlich nicht sein. Es kann daher nur ein Baustein im übergreifenden Thema guter Arbeit in der Wissenschaft sein. Ein zweiter Baustein ist zum Beispiel der Pakt, der vierte Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs und akademischen Mittelbau. Meine Kollegin Frau Dingens-Dierich ist da schon kurz drauf eingegangen. Wir haben diesen vierten Pakt bereits im Herbst vergangenen Jahres debattiert und eben auch gefordert. Und das äußerst Erfreuliche ist doch, und da sind Sie gar nicht drauf eingegangen, Herr Gering, das würde mich auch mal freuen, oder Frau Gohlke, dass eben unsere Forderung auch erhört wurde. So konnten wir unsere geschäftsführenden Fraktionsvorstände davon überzeugen, über einen Zeitraum von zehn Jahren zusätzlich, ich betone zusätzlich, eine Milliarde Euro für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs und akademischen Mittelbau zur Verfügung stellen. Und dafür auch von dieser Stelle, ich weiß nicht, dass Sie sich mal mit freuen, eine Milliarde Euro für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs, das ist doch toll, na also, da ist doch was. Und darum, dafür auch von dieser Stelle, von dieser Stelle hier noch einmal ganz herzlichen Dank, insbesondere an Hubertus Heil und Michael Kretschmer, die sich da ganz intensiv dafür eingesetzt haben. Ich finde, das ist ein tolles Ergebnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Vorstellung zur Ausgestaltung des Vierten Paktes haben wir vor zwei Wochen präsentiert. Im Wesentlichen geht es darum, dass sich unsere Hochstuhl-, Schulen- und außeruniversitären Forschungseinrichtungen endlich als gute Arbeitgeber verstehen und das Potenzial ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler frühzeitig erkennen und fördern, sowie klare Perspektiven aufzeigen. Ich denke, Personalentwicklungskonzepte und attraktive Personalkategorien mit Tenure-Track-Optionen auch unterhalb der Professur sollten zukünftig selbstverständlich sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Sie sehen, das Ergebnis von anderthalb Jahren Koalition im Bereich guter Arbeit in der Wissenschaft ist erstens eine anstehende Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und zweitens eine Milliarde Euro zusätzlich für den wissenschaftlichen Nachwuchs und akademischen Mittelbau. In den nächsten Monaten geht es nun um die konkrete Ausgestaltung des Paktes und die Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun die Kollegin Dr. Claudia Lücking-Michel. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun die Kollegin Dr. Claudia Lücking-Michel.